ich soll jetzt quasi zur straßen schule erst mal gehen dann machen wir mal eine markierung wenn ich auch gleich beitreten gut dann treten wir natürlich sofort bei muss ich nicht extrem fahren als Autoränspiel geht es ums hinfahren ja ja ist ja okay ist ja okay scheiße stopp der nase ja mal schauen was ich jetzt da machen kann